So, dann nochmal Willkommen zurück. Seid gegrüßt zu 3 out of 10. Wir spielen weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir fangen heute an mit Episode 3, Welcome to the Club. Und beenden heute in diesem Stream das Spiel. Die zweite Season von 3 out of 10. 3, 4 und 5 wird heute gemacht. Länger los. Starten wir Episode 3. Welcome to the Club. Ich hoffe es ist zu hören. Klingt gut. Ok. Na dann, starten wir. Die vierte war es. Ne, die dritte war es. Die dritte Episode von Season 2. Und vielleicht beginnen wir mit einem Minispiel. Surfing with Sharks. Mal wieder. Das Spiel des Entwicklerstudios. Mal wieder schauen, gerade geht so. Oha. Ich dachte, du sagst, du hast diesen Teil einfacher gemacht, Kevin. Ich habe es einfacher gemacht. Es war schwer für mich. Ich habe es auch schwer gemacht. Ich habe das Spiel einfacher gemacht. Und ich habe das Spiel einfacher gemacht. Vielleicht ist dieses Genre einfach nicht mein Ding. Vielleicht sind die Spiele nicht dein Ding. Vielleicht sind die Spiele nicht dein Ding. Ich habe das Spiel einfacher gemacht. Für dich, vielleicht. Aber nicht für mich. Sie sagen, du kannst du echt Gamer Karten kaufen. Du willst du ein Karten-Gamer? Das ist wie. Ich bin ein Real Gamer. Ich bin ein Game Designer. Du denkst, dass sie mich definitiv haben. Du? Ja, richtig. Ich bete dir 50 Dollar, du wirst nicht nach der Tür gehen. Ich nehme das, Bet. Aber ich habe keine Geld. Das hat niemals geholfen. Oh, du bist. Du bist auf, Viper. Wir haben eine Review tomorrow, Leute. Du kannst hier, Grandma. Die Real Gamer sind weg. Die Real Gamer sind weg. Viper, stopp es. Es wird nur ein paar Minuten dauern, Joan. Außerdem, ich muss meine Kopfschmerzen gehen. Ich mache immer mein bestes Arbeit, wenn ich nicht arbeite. Oh, ich glaube, ich kann gehen. Lass mich mal sehen, ob jemand anderes kommt. Okay. Feind der andere Party-Pipe. Jetzt du Buddy-Pipe. Ah, jetzt spielen wir noch ein bisschen Surfing mit Sharks. Mit Swim-Sharks. Das wollen wir noch versuchen. Oh, dass wir uns vorhin haben. Also, ich nur schlitzen. Jetzt bin ich sicher. Ich bin noch einer Seite. Oh, ich bin noch einer Seite. Oh, du bist noch einer Seite. Oh, ich bin noch eine Seite. Ich bin noch eine Seite. Oh, dann bin ich mehrfach. Ah, das ist wirklich ein bisschen Härte geworden. Verdammt, an der guten Dinge sind es drei. Verdammt, gefressen. Okay. Ach ja, das Queen's Queen Studio. Wird jetzt wieder mit Möbeln versetzt. Ja, sehr schön. Muss mal wieder überpinselt werden. Und da sind wir dabei drei. Drei von zehn. Ein Röchchen. Okay, du bist keinen. Party People. Party People, du bist ein Party People. Okay, ich kann nicht mit dir reden. Du musst vier Party People finden. Der Boss. Und seinem Butter-PC. Okay. Und du bist nicht mitgekommen. Oh, nein, nicht ich. Meine Nachtclub-Dage sind lange weg. Alles klar. Ich bin Timothy 3000, Automated Office Assistant. Ich bin hier, um dir zu helfen, mit all deinen Nehmen. Hey, hey, Shelby, einige gute Tanzmöves, Timothy. Nein, ich kann das nicht tun. Oh, was ein nutzloser Roboter. Jetzt haben wir die Enquetemaschine. Oh, lass uns sehen, was auf der Retro-Konsole heute ist. Okay. Okay. Ja, okay. Ich verstehe das Spiel nicht. Ah, okay. Ich verstehe. Guter Button, weißer Button. Verdammt. Verdammt. Jetzt vielleicht ein Achievement für. Verdammt. Na komm, einmal noch. Na komm. Verdammt. 25. Okay. Dann brauchen wir noch zwei Leute, die wir entnehmen können. Ja. Okay. Okay. Ich habe nicht viele geschafft. Ich habe nicht viele gefunden, die mit tanzen wollen, aber okay. Ich bin mir grundsätzlich Opfer, ob das egal ist. Was das für ein Club ist. Was ich mich auch frage ist. Was in dieser Kammer los ist. Was im Recording Room ist. Da waren wir auch noch nie drin. Irgendjemand nimmt dort immer auf. Die ganze Zeit. Das ist ein Dance Club. Das ist ein Dance Club. Das ist schon richtig. Okay. Der Praktikant wird auch nicht mitkommen. Und dann. Und dann. Ich habe hier. Und dann. Und dann. Das ist das Ding. Und dann. Und dann. Okay. Okay. Und dann. 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 Ich denke. Ich glaube, ich könnte mal schauen. Immer wissen. Hey. Was ist das Ding? Keine Wunder. Das Ding funktionieren. Da. Was. Was. Ja. Ich habe das Ding. Ja. Ich habe ein Transmitter. Ein Transmitter? Oh. Es ist ein Sprachgerätig. Ich habe noch nicht gesehen. Wer ist die Unikornis von Gautik? Wer soll uns hören? Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht so gut bin. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht so gut bin. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht so gut bin. Vielleicht bist du recht. Vielleicht muss ich mal ein bisschen was für dich. Ich liebe diese Sachen. Nichts. Japan hat nichts zu tun mit Spielern. Und du? Ich könnte jemanden hier in einem Match von Boogie-Dance-Insurrectionen treffen. Niemand geht um Dance-Games. Real-Gamer-Gamers nicht tanzen. Dann warum hast du einen Dance-Club? Sie haben alle verurteilt und gefunden. Geh deine pittige Arten zu einem anderen Club. Es gibt keine anderen Clubs. Wir sind in der Mitte des Suburbia. Wir waren überrascht, dass du hier abkommst. Geh dich von meinem Lied. Hm. Wir müssen einen Plan für ihn reinzukommen. Okay, Cold Air Duct. Aha, ich sehe schon die Friesenraten. Okay, und wie attackieren wir? Space-Range-Attack. Okay. Und ihr Kaffe. Ach, du Schande. Viele haben versucht, aber alle haben verurteilt. Kannst du das ganze Ding verraten? Ja. Die Partei hat noch einen Biss. Wir sind nicht verloren. Wir wissen nur, wo wir sind. Kammed zu verraten. Die Spiele verraten nicht allmärken. Oh nochmal den Ty885. Sveriges Haupt purchased. Oh ohhh. Die Verlücker habe platzepatiert wieder. Gok arriviert H Congratulations. The party racked up one more kill Okay The party racked up one more kill They pressed onward Totally victory Or defeat Lay before them Witcher Flaschenwurf Stop narrating Nächster Stern Deinischen Tods Das sind Stern The Gloom They spotted something moving Something Terrible Noch können wir Noch können wir Noch können wir ein paar Sterne suchen Ah, ist der Snake Oh, hier ist ein Schlüssel Somewhere in the darkness Creepy things skittered Sehr schön Wir haben einen Mitstreiter verloren Jetzt können wir einen Viper Das ist, warum wir ihn Platz bringen, richtig? Wir haben Viper verloren Aber okay Aber okay Das ist der letzte Stern Und jetzt raus hier Das ist der erste Das ist der erste Das ist der erste Spazierende Airduck Ich habe ever bettet Und ich bettet Airducks Nicht alle, die wandern, sind raus in Airducten. Und raus hier. Exit von uns. Sehr schön. Ich glaube, wir sind in. Ich denke, die club ist hier. So, was ist Vyper? Du meinst, die Leute zu gabe-pukieren, in order zu gewinnen? Nein, nein, nein. Ich meine... Ich meine... Vielleicht, die Leute nur gerne 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 gerne? Vyper only plays games with machetes in them? Shh! Someone's coming! How's the event looking? Not great. Only a handful of candidates out there tonight. Kids these days are all soft. Not like the kids of yesteryear. What are they talking about? Shh! That don't matter. Boss says we need 20 recruits a night. 20? Good thing the boss didn't say anything about quality. Is it just me, or did they just strongly imply that this whole club is a front for recruiting some kind of army? That sort of thing happens around here from time to time. We should get to Vyper fast. Good thinking. What do you think? What do you think? What? Oh, yeah, right, sure. Also, he owes me 50 bucks. Permanentinox. Very good. Very good. Very good. Good. Thanks. I'll see you next time. Bye bye! Bye bye. Bye bye! Bye bye. Bye bye. Bye bye. Wee. Bye bye. Vielen Dank.